kam ein Junge zu Ibrahim Ibn al-Adham in Basra in Irak und sagte zu ihm, ein junger Mann sagte zu ihm, ja, Abba Eshaq, Wallah, ich mache viel Sünde und meine Sünde machen mich kaputt. Gib mir ein Rezept, was soll ich machen, Abba Eshaq? Er sagte zu ihm, mein Junge, ich sage dir, mach fünf Sachen und wenn du diese fünf Sachen machst, mach Sünde, wie du willst. Allahu Akbar hat sich gefreut. Ich habe ein Rezept in der Hand. Imam Abba Eshaq sagte mir, dass ich nach fünf Sachen kann ich machen, was ich will. Allahu Akbar, gib mir die erste, Imam. Er sagte, mach Sünde, wie du willst, aber mach das nicht in seiner Erde. Allahu Akbar sagte, Abba Eshaq, der ist der Besitzer von Himmel und Erde, das ist sein Besitz. Wie kann ich nicht in seiner Erde die Sünde machen? Der ist der Besitzer von Himmel und Erde, sagte Abba Eshaq. Subhanallah, du läufst in seiner Erde und seinen Besitz und machst du Sünde und du bekommst ihn mit Sünden. Gib mir den zweiten, Abba Eshaq. Er sagte, mach Sünde, wie du willst, aber mach nicht, wo er dich sieht. Allahu Akbar, der ist der Beobachter, der sieht überall, der sieht die kleine Ameise. Der sieht alles, Abba Eshaq, der sieht mich überall, wie kann ich das nicht, wo Sünde machen, wo er mich nicht sieht. Ich sage, Subhanallah, du läufst in seinem Besitz und du weißt, dass er dich beobachtet und du bekommst ihn mit Sünden. Gib mir den dritten, Abba Eshaq. Sag, wenn du Sünde machen willst, mach Sünde, wie du willst. Essen nicht von seinem Risik. Sagt der Abba Eshaq, der ist der Versorger. Der ist derjenige, der versorgt seine Schöpfe. Sagt er, Subhanallah, du läufst auf seiner Erde und er beobachtet dich und du nimmst von seinem Risik und er versorgt dich und du bekämpfst ihn mit Sünde. Gib mir den dritten, Abba Eshaq. Sag, wenn du Sünde machen willst, mach wie du willst. Aber wenn Melleke und Melleke kommt, sag, gib mir ein paar bisschen Zeit, dass ich will machen. Wenn die Stunde kommt, kein Schritt nach vorne oder kein Schritt zurück. Dann wirst du gerufen, für Allah, Subhanahu Wa Ta'ala. In dem Tag, du wirst geführt, für Allah, Subhanahu Wa Ta'ala. Ja, Abba Eshaq, gib mir die fünfte. Sag, mach Sünde, wie du willst. Aber, wenn die Melleke dich über dein Gesicht zieht, zu der Hölle, befreit dich von dieser Melleke. Sag, reicht, Abba Eshaq, reicht. Ich mach Reue, Abba Eshaq, ich mach Reue. Und wir machen diese Reue, Bruder, aber die wahre Reue, machen wir das? Vielleicht, du sitzt jetzt in Shisha-Bah. Oder, Allah-u-Alam, vielleicht eine Bier in deiner Hand, möge Allah uns bewahren. Vielleicht, du trinkst jetzt Alkohol. Bruder, wirst du jetzt entscheiden, dass du keine Sünde machst, wie Allah, Subhanahu Wa Ta'ala. Oder, wenn du rutschst in Sünde, dass du wieder eine richtige, wahre Reue zu machen. Wallahi, Bruder, wir brauchen das. Uqsam billah, wir brauchen das. Wallahi, mein lieber Bruder und Schwester. Wir brauchen diese Reue, die wahre Reue. Die wahre Reue, Bruder.